So, damit das nicht immer so langweilig ist. Nein! Noob. Nein! Nein! Er hat so viel Glück! Silent Suicide, ne? Der Mann ist so ein richtiger Wichser, der kriegt sowieso nichts die Backen. Du bist vom Kugelfisch gefressen. Ne, aber immer. Los, Kugelfisch! Die haben auch gar keine Napalm-Bomber und sowas mehr, ey. Das ist auch schon irgendwie... Was hast du da? I don't know. Lass Chopper in Ruhe. Leck mich. Nein, da solltet ihr noch weiter zur Termine fliegen. Du leckst. Nein, du leckst. Nein, du leckst. Ein Geschenk. Genau. Geh mal ein bisschen nach links, bitte. Noch ein Stück. Das hat ja fast geklappt. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Heute nicht. Heute nicht. Hallo! Los, Karl. Fein, nicht Karl der Käfer. Wieso macht so ein, verdammt, das Ding nur 30 Schaden. Na, wie viel Schaden sollte es deiner Mahnung nachmachen? So, Sura, ich würde sagen, wir kämpfen uns mal den Sieg zurück, oder? Ah, guck mal, was das gute alte Menü so zur Verfügung stellt. Das ist langweilig, das ist langweilig. Ja, da macht er nichts, ne? Was hast du denn bekommen? Du kannst es wenigstens verraten. Die Zuschauer werden es auch wissen. Ufo. Ich hab's heute noch nicht... Was ist denn das Ufo? Vorhin, wie ich hab's heute nicht gescheckt. Ich hab's heute das erste Mal gespielt. Mein Gott, ich bin so ein Sack. So, der Patrick, oder Patrick, mal gucken. Da-da-da-da-dam. Na, was machst du? Okay, du... Du willst dich doch selbst verarschen, oder? Sag mir bitte nicht, dass du da unten im Wasser bist. Zum Glück. Nein. Gibt man ein Stück weiter nach rechts? Never. Oh, das sieht interessant aus. Ne, 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 nananana, na, nana. Ähm, warte, 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 warte. Ne, da trau ich mir nicht zu. Wast du dich grad gemütig? Nein. wieso ich habe aussehen gegen meinen herz hat geschlagen das hast du davor aber danke ich wollte wissen das ist ein strahl hat aber ja ich merke schon nicht ein ich weiß wo es eher hin urinieren hätte sollen wie lange wird eine keule da unten auf karl ist springen springen nein du willst du nicht das leben du willst du nicht das leben richtiger nein ich wollte jetzt eben böses wort sagen das sage ich jetzt mal nicht nee das war sie schützt ist beim kugelfisch und jetzt ist noch mal der lappen dranholt da warte ich weiß ich mich reche ich sollte vielleicht mal ran so wollen wir schauen sich das intelligent löse eigentlich gar nicht das und dein zug ist vorbei ob das so intelligent war weiß ich nicht das ist ein richtiger lappen weißt du nein bitte nicht und ne ernst der arme michi der dusch doch so und jahre kannst du nicht machen ich meinte das war ein relativ intelligenter zug nein na ja und einer schon mal ist das dein ernst ja was macht der andere da oben ertrinken ach so ist ja schön dann aber auch ja ich weiß der michi der macht alles dass ein überlebenskünstler auf die dumme bitte nicht bitte hat er macht das nicht ich habe frauen kinder und der hänge auch michi zwar nicht aber hänky der kann hänky mr hänky der weihnachtsgut komm schon bist du eine richtige kurzstunde weißt du das du bist ein riesen einlauf kurzstunde ist besser was mir einlauf ach vergiss es und ist sogar steve penetrieren steve steve macht mir nichts raus interessant dass er im wasser nicht springen kann hänky 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 w du hast noch mal solche wasserbomben hänky Es ist sehr intelligent bei Wasser. Es ist sehr intelligent bei Wasser. Mann, Mockis, wer hat hier ins Gehirn geschissen und nicht gespült? Das war wahrscheinlich ich selbst. Okay. Ach, der Schirmen ist gar nicht mehr ausgenockt, das ist ja scheiße. Oh, ne. War ja ein sehr kluger Schachzug. Glück, 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 Errungenschaft reingeschalten. Yes. Und ich habe anscheinend schon zwei komische Karten wiederbekommen. Bis dann. Warte mal, ist der obere oder der untere, Deiner? Beide. Der untere. Ach, Karl. Wo soll ich mit dir hin? Nein, weiß ich. Das hat dir jetzt viel gebracht. Ich wollte testen. Ich bin wenigstens disbegierig, ne? Mhm. Nicht nur im sexuellen Bereich. Nein. Ach, Mann, ey. Das ist schon eine richtige Schillmusik. War der eben nicht schon dran? Ja, ich frage mich auch gerade. Was ist das für ein Wurm? Do it not. Please not. I hate you. And you do this. Fuck you too. You fucking asshole. Fuck my mom. And say... Oh, yes. No. No. No, das ist nicht intelligent. Das ist echt nicht intelligent, was du machst. Ach, Hase, wir können über alles reden. Ach, deine Mutter, weißt du. Die können mir geflickt meinen Blasen. Gut. Schön, dass wir es geklärt hätten. Jetzt hat er nur noch fünf. Ah, Steve, was mache ich mit dir? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, der Michi, endlich. Der Michi. Komm, endlich. Du kennst ja mich, ne? Hm. Das ist cool. So, ob ich wissen, bin ich ein bisschen sicher? Number one. Woher hast du die ganze Scheiße wieder? Kisten? Nein, Güte. Bei mir ist das alles weg. Ja, wie du mit deinen Sachen umgehst, ja? Nein. Okay. Drück. Drück die Cheater-Konsole und gib ein. Hoch, runter, links, rechts. XY. Alles klar. Oder du springst hier jetzt nicht in die Luft. Das wäre die beschissenste Idee, die du machen könntest. Wer ist denn eigentlich alles in dem Pimmel, äh, Getümmel? Karl. Jeff. Ja, gut. Nein, du kannst doch Karl nicht töten. Bitte nicht. Denk an Karl, den Gefer. Ob der überhaupt noch lebt, ich glaube, der ist schon längst tot. Ja, ich habe dich eingepim- äh, eingekeselt. Ja. Du bist doch so ein, so ein Flachwixer, hörst du? Ja, ein bisschen rein, so ein Bissgetümmel. Und ich ziehe rein, nicht. So ein richtiger Flach-Bimmel-Mixer. Okay, Jeff, wir rechnen uns für Karl. Ach, nicht mit dem. Ja. Was kann ich denn mit dem Ufo machen? Du kannst dein Typ mal holen. Das sagst du mir jetzt, als ich es schon gemacht habe. Nein, ich kann was anderes abholen. So, jetzt haben wir beide eingek- Na, nee, natürlich musst du den gerade auch noch haben. Nee. Hä? Wattest du denn die eben German? Na, egal. Genau. Verdammt! Du musst nicht schreien. Na, wenigstens endlich dieses Wasser da drauf. Oh, nee, die Plunze muss doch nicht da unten bei mich hinlaufen. Ben Afflecks Plunze. Ich habe eine Plunze. So, ach, ich bin jetzt dran. Mit wem bin ich da eigentlich dran? In den Mund raus bist. Wer denn? Wer ist denn du? Wom kann ich herausfinden, welcher man ist? Ach, der da. Ach. Okay, ich rechne mich Freundchen. Gut, was willst du machen? Hast du mich eingesteckt? Geh, Alter. Ich mach aus dir ein flambiertes Würmchen. Sie verarschen. Das hat mir jetzt so viel gezogen. Nein, nein, nein. Mann. Okay, Flammenwerfer nie wieder nutzen. Flammenwerfer nie wieder nutzen. Nein. 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 Adrian, nein. Äh. Ups. Nein. Pardon. Na, ja, mache, los. Du warst schon vor dir, ist was. Was war denn da bitte vor mir? Nur im Pixel, im Pixelandschaft. Das habe ich eben auch nur vom zweiten Blick gesehen, deswegen habe ich gesagt, mache. Mann. Ich glaube, das können sie nicht mehr erwähnen. Der tut. Bur. Ja, ich habe definitiv... Und da hat man ja auch nur... Ja, ich habe definitiv... Ja, ich habe definitiv...